Bundesinnenminister de Maizière lässt die Wiedereinführung der Ausweispflicht auf allen Flügen innerhalb der EU prüfen. Der Bild-Zeitung sagte der CDU-Politiker, nach dem Germanwings-Absturz sei unklar gewesen, wer tatsächlich in dem Flugzeug gesessen habe. Grund sei, dass die Identität der Passagiere seit dem Wegfall der Grenzen im Schengen-Raum nicht mehr systematisch kontrolliert werde. Zudem werde darüber nachgedacht, den Türschutzmechanismus an Cockpit-Türen wieder abzuschaffen.